Wenn Mutter und Tochter bekannte TV-Persönlichkeiten sind, wie es bei Simone Tomala und ihrer Tochter Sophia Tomala der Fall ist, dann wird man schon mal verglichen. Mit Simone hat Sophia eine berühmte Schauspielerin als Mama. Bestimmt haben sie einiges gemeinsam, doch in manchen Dingen unterscheiden sie sich auch immens. In einem Interview mit Gala verrät Simone Tomala, dass sie sich nicht so schnell aus ihrer Komfortzone bewegt wie ihre Tochter. Warum das so ist, erklärte sie so. Ja, mein Perfektionismus steht mir ständig im Weg. Ich überlege hundertmal, ob ich mich aus meiner Komfortzone bewege, aber Sophia ist es egal, so Simone Tomala. Der Unterschied zwischen den beiden könnte in dieser Hinsicht nicht größer sein. Sie ist angstfrei, provoziert gerne und riskiert es, auf die Schnauze zu fallen. Und wenn es passiert, juckt es sie auch nicht. Darum beneide ich sie. Sie ist für Krawall zuständig, so Tomala weiter. Wer hätte gedacht, dass das berühmte Mutter-Tochter-Duo so unterschiedlich ist. Eines haben Simone und Sophia Tomala aber ganz sicher gemeinsam. Sie beide haben sich für eine Karriere vor der Kamera entschieden und sind äußerst erfolgreich.